Viele von euch hatten gefragt, jetzt ist es endlich wieder soweit. Alle Kurse gibt es jetzt gerade mal für jeweils 9,99€. Ich habe euch alle von meinen Kursen in der Videobeschreibung drin verlinkt, aber Achtung, dieser Sale, der geht nur noch für die nächsten drei Tage. Zum Beispiel hier, der Geld im Internet verdienen Kurs, 9,99€. Etsy Meisterkurs, 9,99€. Der 17 Stunden lange T-Shirt Business Meisterkurs, 9,99€. Amazon KDP, Low Content Kurs, auch 9,99€. So wie der E-Commerce Kurs, Online Kurs, Meisterkurs, Self Publishing Kurs, Etsy, Dropshipping, Amazon Kindle, digitale Infoprodukte und haufenweise weitere Kurse. Auch übrigens mein 41 Stunden langer digitaler Marketing Kurs für gerade mal ein einziges Mal 9,99€. Es gibt keine versteckten Kosten, es gibt keine Abos, kein gar nichts. Ein einziges Mal 9,99€. Ihr könnt die Kurse so oft schauen, wie ihr wollt. Ihr könnt die Kurse zum Beispiel auch jetzt kaufen und erst in ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren schauen. Solange ihr nicht euer Passwort zu eurem Account vergesst, habt ihr wirklich diese Kurse, solange ihr wollt. Ihr kriegt Zugriff komplett kostenfrei auch zu allen Updates. Das heißt, wenn ich diese Kurse hier verändere, wenn ich neue Dinge hinzufüge, müsst ihr dafür nicht nochmal extra zahlen. Und normalerweise kosten halt die Kurse, man sieht es auch hier, 109,99€ oder 84,99€ oder 79,99€ oder 129,99€. Und jetzt gibt es alle von diesen Kursen für jeweils gerade mal 9,99€. Ihr fragt euch vielleicht, wo ist der Haken? Es gibt wirklich keinen Haken. Die Kurse kosten einmalig 9,99€. Ihr könnt zum Beispiel hier auch gerne auf die Bewertungen draufgehen. Tausende Leute haben bisher meine Kurse hier reviewed. Alle von den Kursen haben eine Top-Bewertung. Ich sage auch von meiner Seite aus, ich würde meine Hand ins Feuer legen für meine Kurse. Ich halte keine Informationen zurück. Wirklich extrem detaillierte Produkte, für die ihr anderswo vielleicht Hunderte oder Tausende von Euro zahlt. Und ich denke, jede Person, die schon mal eine Kurse besucht hat, kann das Ganze bestätigen. Falls ihr euch also auch selbst überzeugen wollt, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Aber nochmal, dieser Discount hier läuft relativ bald ab. Das heißt, falls ihr diesen Discount hier wahrnehmen wollt und ihr wollt wirklich extrem viel Geld sparen, dann schaut jetzt in die Videobeschreibung rein. Falls ihr in, sagen wir mal, einer Woche oder so dieses Video seht, dann werden die Discount-Links nicht mehr funktionieren. Das heißt, das ist jetzt hier die letzte Chance, die Kurse zu diesem absoluten Sportpreis, also 9,99€ pro Kurs zu bekommen. Es kann in wenigen Fällen sein, dass die Kurse mal 10,99€ oder 11,99€ kosten. Einfach nur aus folgendem Grund. Ich kann eben nur den minimalen Preis einstellen, aber die meisten von den Kursen sollten wirklich nur 9,99€ kosten. Gut, das war es dann tatsächlich hier schon für dieses Video. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.